Ja, Chiang Mai Night Bazaar. Wir gucken heute mal, was hat sich geändert hier auf dem Nachtbazaar in Chiang Mai im Jahr 2024. Gibt es Neuigkeiten oder nicht? Also viel Spaß bei dem Video. Als erstes lassen wir uns mal malen, hier von einem Künstler hier aus Chiang Mai. Und zwar macht er das mit so einem Kohlestift und wir sind mal auf das Ergebnis gespannt gleich. So, Kost tut das, was man geben möchte und soll drei Minuten dauern für ein Porträt. Aber wir sind gespannt. So, als erstes ist Alisa dran. Wow, wirklich sehr schnell. Mal von der Seite gucken hier. Mal ein bisschen größer. So, das ist die Zeichnung. Hier ist Alisa. Oh, wow, sehr schnell. Wirklich sehr, sehr schnell. Oh, Alisa, you look like 25 here on this. Hahaha. Hahaha. Wirklich wahnsinnig schnell. Hahaha. Wir gucken jetzt mal hier den Film weiter. Mal gucken, wie das Ergebnis gleich aussieht davon. Ich hoffe ja mal meine Falten nicht mit. Na? Wirklich sehr schnell. Ist ja unglaublich. Looks like 30 years, oder? With all this here. Hahaha. Hat jetzt 100 Bart haben wir jetzt gegeben mit diesem Künstler hier und war ein Erlebnis. Ja, okay. Das übliche mit Sonnenbrill hier. Oh. Ray-Ban. Nachgemachte Ray-Ban. Da oben noch die Ohren Gucci. Auch alles mögliche an Uhren. So, was haben wir hier Schönes? Ja, so eine Magneten hier. Für den Kühlschrank, Kühlschrankmagnete. So, jetzt sind wir hier bei einem türkischen Dönerladen. Hier waren wir, ich glaube, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren schon mal. Und mal gucken, ob sich hier was geändert hat. Jetzt essen wir mal hier einen Döner und zwar direkt hier in Thailand. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht, wie das schmeckt. Also wir haben Lammdöner übrigens bestellt, nicht mit Hühnchen. So, das ist Little Istanbul, so heißt der Laden hier. Oh, das ist die Karte. Sieht auch im ersten Blick erstmal so aus wie in Deutschland auch. Ja, dann gucken wir mal, was es hier Schönes gibt. Und vor allen Dingen, wie es schmeckt. Ach hier, guck mal. Lammdöner, 179 Bad, Chicken Kebab, Lammdöner Kebab, Pita-Brot. Oh, hier, guck mal. Komplettes Menü mit Pommes und Cola. Um die 200 Bad, 200 Bad sind ungefähr so 5 Euro in etwa für so ein Menü. Ja, ist nicht wirklich günstig, ne, für so ein... Aber gut, wir sind ja auch immerhin auf dem Night Basal hier, ne. Aber so vom Ambiente her geht's. Oh, ist hier so ein bisschen langgezogen. Die Küche ist da vorne. Oh, das Essen kommt hervorragend. Yes, thank you. Cup and Cup. So, auf jeden Fall gibt's eine ganze Menge Pommes mit dazu. And Alisa? How I can eat the French fries. Wie kann man hier die Pommes essen mit der Hand, oder? Ja, okay. So, gucken wir uns mal. Oh, Mann, hier fällt schon die Hälfte raus. Ja. Gucken wir uns mal den Döner an. Na, so sieht aus. Ja, in der Rolle. Aber obwohl wir hier essen, das Typische ist wieder, hier, wird in Plastiktüte eingepackt. Warum denn, wenn ich's gleich hier esse? Ne, das verstehe ich immer nicht, dieser immense Plastikverbrauch hier, ne. Oh, guck mal, ne Gabel. Thank you. Danke. Der Geschmack, ja, wie ist der Geschmack? Also sehr intensiv nach Rindfleisch, nach Lamm. Das scheint also nur Lamm zu sein, nicht gemixt wie bei uns. Aber der Geschmack ist nicht zu vergleichen mit dem Döner bei uns. Also es ist was völlig anderes hier. Ja, also schmeckt ganz anders. Ich denke mal, dass die die Gewürze auch nicht haben, die bei uns benutzt werden, ne. Also die klassischen Sachen, wie Knoblauchsoße oder sowas hier, scheint es hier nicht zu geben. So, ich hab gerade das letzte Stückchen Döner ausgepackt und hab mich gewundert, weil hier so dermaßen viel Öl drin ist. Ich weiß gar nicht, wo das ganze Öl herkommt hier. Ist ja Wahnsinn. Also so viel Öl im Dönerhain noch nicht gesehen. Das ist ja erstaunlich. Hier geht's jetzt weiter, wollen wir mal gucken. Hier sind also einiges an Ständen. Aber schauen wir mal, was hier jetzt angeboten wird. Oh, hier, echte Handarbeit. Mal sehen, was macht sie hier? Aha. So eine Bälle, Stoffbälle, ja. Aber wozu braucht man die? Dekoration für einen Weihnachtsbaum. Ah, okay. Ja, ja, ja. Ach hier. So wie das hier, ne. Also selbstgemachte Christbaumkugeln. Sehen aber echt gut aus. Also das ist eine Vollkugel. Ich denke mal Styropor ist drin. Und ist nicht hohl. Aber kann man viele Jahre benutzen. Und how much is so like this or this? 450 baht and 150. Ja. Wie lange brauchen sie für eine Kugel? Also einen Tag für so eine Kugel. Für die kleinere Kugel. Für die mittlere hier sozusagen. Ich mache aber Weihnachtskugeln mit Stoff bezogen. Das ist natürlich auch mal was anderes, was man so hat. T-Shirts von Chiang Mai entdeckt. Ja, das sind hier die Preise. So bis XXL, aber die passen mir leider nicht. Da hat der Verkäufer eben schon gesagt. Meine Größe hat er nicht dabei. So, auf jeden Fall ein T-Shirt gefunden. Zeug mal. Ja, okay. Das ist Chiang Mai in Thai language. Das ist Chiang Mai in Thailändisch. Schon mal ein T-Shirt von Chiang Mai. Jetzt brauchen wir nur noch mal einen Kühlschrankmagneten. Den gucken wir uns da ja auch noch mal an. Ein paar haben wir ja schon gesehen, aber vielleicht finden wir noch was Besseres. Hier ist übrigens diese Ladyboy Cabaret Show. Chiang Mai Cabaret, das ist das hier. Da habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben in der Ecke mal. Das könnt ihr euch auch noch mal anschauen. War auch eine interessante Sache. Oh, jetzt gibt es hier solche. Aha, in der Haus, ja. Das sind so eine Katzen, die hier liegen. Da ist so ein Duftstoff drin. Das ist im Prinzip so ein Raumerfrischer, kann man sagen. Nicht schlecht kostet. 250 Bad. Wie lange kann man die benutzen oder wie lange riechen die? Ach so, die kannst du hinten wieder auffüllen mit dem Duftstoff. Ja, ja, da ist so ein Kissen drin, dass man die wieder auffüllen kann. Ah ja, okay. Und da ist eine Batterie drin? Der ist eine Batterie inside? Ach so, aha. Aha. Can you use long time? Aha, kann man angeblich sehr lange Zeit benutzen mit dem Duftstoff, der da drin ist. Da ist wohl auch eine Batterie drin, die das Ganze irgendwie antreibt. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Oha. Das sind auch so eine Duftstoffe. Sie sehen halt mal ein bisschen besser aus, als die üblichen Raumerfrischer. Und die macht sie selber hier. So, jetzt gucken wir uns das mal an, wie sie diese Duftkerzen hier selber macht. Oder diese Raumerfrischer. Wow. Wow. Also wirkliche Handarbeit, das gibt es ja gar nicht. And how long do you need for one of this? Wie lange brauchen Sie für eine Rose? This is around 10 minutes. 10 minutes? Yeah. 10 Minuten brauchst Sie dafür. And what is this here? What is this? Stomp. Ach so. Das ist die Seife. Und die riecht eben danach. Die riecht die ganze. Das ist der eigentliche Duftstoff. Und fertig sehen die dann so aus. Die lackiert sie dann noch ein bisschen. Und dann riechen die halt die ganze Zeit. So, also das ist die Seife, die die ganze Zeit riecht. Ist ja hochinteressant hier. 10 Minuten für eine. So, und dann kannst du das als Deko zu Hause hinstellen. Und dann riecht die ganze Zeit, weil das ja Seife ist. So, wir haben hier einen Kühlschrankmagneten gefunden. Aber ich denke, den nehmen wir 39 Bad. Das ist okay. Okay, gut. Da gibt es haufenweise hier. Schöner Laden hier, ne? Haufenweise Stickerwehr auf sowas steht, so wie ich. Der wird hier auf jeden Fall fündig. So, hier gibt es natürlich ein paar Künstler, die hier auch Bilder malen. Art Gallery. Bei Vachara. Oh, Mann. Das ist mal richtig Arbeit. Guck mal, der macht das nicht mit einem Pinsel und mit so einem Spachtel. Auf Leinwand. Das sind hier die Arbeiten von diesem Künstler. Sieht wirklich schön aus. Hier. Das ist echt gut. Mann. Das hat was. So, im Vergleich, dieses große Bild hier liegt bei 5500 Bad. Oh, hier ist der Künstler. Jetzt geht's los. Aha. Wow. Oh, Mann. Das ist... Das ist echt gut. So ein Bild hier. 1200 Bad. Das geht eigentlich. Der hat wirklich was drauf hier. Er sagt gerade, das hier hat die Form, generell die Form von dem Buddha. Hier ist der Kopf. Und dann geht's hier runter mit der Arme, der sitzende Buddha. Und dieses hier, wenn man das von Weitem betrachtet, ist ein Elefant. Und da malt er noch die Ornamente rein, also die Häuser und sowas. Das ist ja Wahnsinn. Hier auch. Auch ein Elefant soll das sein, ne? Wow. Hier oben, dieses Riesenbild, das ist der liegende Buddha. Wo er dann im Prinzip die Landschaft oder die Häuser mit reinmalt. Aber generell stellt das den liegenden Buddha dar. This is the Elephant too, ne? Das wird auch ein Elefant hier. How long do you need for one picture? Uh, this size. Ja, this size, diese Größe? About two days. I make about two days. Two days. Haha. Also zwei Tage braucht er für so ein Bild, wenn er da dran arbeitet hier. Also das ist auch wirklich schnell. Alles mit so einem Spachtel. So, das macht er auch nur am Abend hier, wenn er Night Bazaar auf hat. Und dann braucht er zwei Tage, also zwei Nächte im Prinzip. Oder zwei Abende, kann man sagen, ne? Und das ist mal echt ein Künstler. Das ist ja, ehrlich. Das ist ja Wahnsinn. Nicht schlecht. And you make it all with, uh, with, uh, I don't know the English word for this. You make it only with this one, yeah? I just buy a Hatshok. Hatshok. Aha. Hatshok. Yes. Aha. Wow. Also alles mit diesem, ja, speziellen Spachtel. You want a Vanilla Ice Cream with Oreo inside. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie es funktioniert. So, erst mal Milch. Milch drauf. Okay. Zweimal Milch. Ah, nee. Eins und ein bisschen. Fängt dann an zu gefrieren. Komm, wir haben jetzt Vanille mit, äh, Oreo bestellt. Jetzt friert er erst mal die Milch an. Ah, nee. So, jetzt ein bisschen glatt streichen. Und dann werden ja die Ice Rolls von ihm gemacht. Hier, so Röllchen halt, ne? Hahaha. Ja, sehr warm, ja. Ich schwitze auch wie verrückt. Ja. Ja. Ah, stellt noch ein bisschen runter. Ist wohl ein bisschen zu kalt, ja. Ja. Erste Rolle fertig. Scheint nicht so einfach zu sein. Es knippt ganz schön. Bisschen kalt alles. Ja, gekippt. So, rein damit in den Becher. Und die Vanilla ist inside the bottle. Das ist Vanilla. Das ist Vanilla. Ah, es ist finishmixed, ja. Ah, ja. Also in der Milchflasche ist schon Vanille. Wird nicht nur extra reingemalt. Ist schon fertig gemischt. So, die Oreo-Kekse drauf. Ja, sieht gut aus. Okay, Cup und Cup. Ja, thank you. Ja. So, ja. Das Ganze hat jetzt gekostet. 89 Bart. Sehr schönes Erlebnis. Mal gucken, wie es schmeckt. Auf jeden Fall. Es schmeckt, ne? Das ist ja die Hauptsache dabei. Okay. So, hier haben wir jetzt gerade noch was gesehen. Und zwar hier so Papierbasteleien. Ja. Aus Papier machen hier sämtliche Sachen. Also wirklich gut. Ach so, this is the card, ja? Aha. Oh, wow. Aha, das sind Karten. Ja, und wenn man die zusammenfaltet, kannst du das verschenken. Und beim Aufklappen, genau, sieht das dann so aus. Can you do this? Mal schauen. Zack, zu. Und wenn du das aufmachst, wow, sieht es aus wie ein Baum. Boah, das hat was, ja. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das sieht ja echt super aus. Ja, show. Sieht aus wie ein Baum, eine Karte. Wow, dann kommt ein richtiger Baum raus. Das ist ja nice. Okay, das ist super. Wow, und mit diesem auch? Oder hier mit dem V. Zack. So, normale Geschenkkarte. Machst du auf, kommt ein riesiger V raus. Wow. Und du machst es selbst? Mein Freund. Wirklich? Ja. Handmade. Handmade 70%. Also alles, ja. Alles ist handgemacht. Macht er, das ist ja, das ist ja unglaublich. Wow, also für eine Karte herrscht, der braucht der Herr hier zwei Stunden maximal. Oh, das ist aber very fast. Sehr schnell, sehr schnell. 180 Baht, eine Karte. Ja. Ja. Ja, 180 Baht, eine Karte. Ja, für Handarbeit nicht zu viel. Aber das ist ja, das ist ja recht unglaublich. Große Geburtstagstorte hier. Oder hier mit den Bäumen. Auch farbig alles. Sehr schön. Ja, sonst kriegt man natürlich hier alles Mögliche, was auf jedem Bazaar auch ist, ne? Klamotten, die üblichen Sachen halt, ne? Gefälschte Uhren, ja, Handy-Zubehör, ja, hier, so Figuren wie Elefanten, sowas natürlich, ne? Wer noch mal ein ausgefallenes Stück Seife haben möchte, das gibt es hier. Das ist Mango, ja? Mango-Seife oder, ja, hier, oder Dildo-Seife, Alisa. Ja, ne, gibt's die ausgefeilten Sachen hier auch. Hier gibt's nochmal eine andere Art von Massage, mit dem Hammer und mit dem Holzklotz. Aber hier ist das Werkzeug dafür. So, was haben wir denn hier? 15 Minuten, Beine und den Rücken, 100 Bart und 25 Minuten, for painful areas, also das, was weh tut, 200 Bart. Aha, das sind die Utensilien dafür. So, ich hab ja immer so einen Nackenschmerzen, also werde ich das jetzt mal ausprobieren hier. Und mal schauen, ob das wirklich eine Linderung gibt. Da bin ich ja wirklich mal gespannt. Fühlt sich ein bisschen wirklich wie Hammerschläger an, muss man mal so sagen. Ja, man kann nur hoffen, dass er keinen Knochen trifft, weil das brennt dann natürlich richtig. Ich hoffe mal nicht. Aber vielleicht sind meine Nackenverspannungen ja danach wirklich ein bisschen besser. Ich bin mal gespannt. Fühlt sich erstmal ziemlich brutal an. Also man merkt auf jeden Fall, dass die Durchblutung wesentlich mehr ist oder auf jeden Fall in Gang kommt dadurch. So, jetzt hat er nochmal, ja, sag mal den Meißel gewechselt. Das sieht jetzt auch wirklich aus wie ein Meißel. Das ist Volltreffer. Uiuiui. Finish? Fini. Okay, okay. Ja, gut, 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 gut. Das gibt es auch nur in Thailand. Hier wird mit dem Stand der Feuerhydrant erstmal eingebaut. Also wenn es brennt, kann keiner mehr löschen. So, das war dann Nachtbazaar oder Nightbazaar in Chiang Mai für heute. Das ist das Ende vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.